So, wir haben noch ein bisschen was vor bei den kontextfreien Sprachen. Eine Menge hatten wir auch inzwischen schon gelernt, aber etwas, was auffälligerweise bisher fehlt, sind natürlich die Automaten. Jedes Mal seit vielen, vielen Videos sage ich willkommen zurück bei der Vorlesung Formale Sprachen und Automaten. Aber jetzt behandeln wir schon mehrere Videos lang kontextfreie Sprachen und haben noch kein Wort zum Thema Automaten in diesem Zusammenhang gesagt. Es wird Zeit, dass wir das nachholen. Es geht heute um Automaten für kontextfreie Sprachen. Mein Name ist Markus Krutsch. Willkommen zurück zu der eben besagten Vorlesungsreihe hier an der TU Dresden aus dem Lockdown. Ich hoffe, Sie machen das Beste aus der Situation und bleiben schön gesund. Wir wollen uns über Berechnungsmodelle Gedanken machen. Bei regulären Sprachen war das ja ganz wunderbar eigentlich. Wir hatten die regulären Automaten als ein ganz einfaches, intuitives Modell, was man schön grafisch darstellen konnte und was genau die richtige Ausdrucksstärke hatte, um die regulären Sprachen zu erkennen. Bei kontextfreien Sprachen allerdings funktioniert das nicht mehr. Dieses Modell sollte auch nicht funktionieren, denn wenn es genau die regulären Sprachen erkennt, dann sollte bei kontextfreien Sprachen irgendetwas fehlen. Und was da fehlt, das kann man sich auch ganz gut überlegen. Eine typische Sprache, die wir bei den kontextfreien Sprachen eingeordnet haben, die nicht regulär ist, ist diese Sprache a hoch i, b hoch i für alle i. Diese Sprache ist nicht regulär und deshalb kann man sie auch nicht mit regulären, endlichen Automaten erkennen. Warum? Was ist das Problem? Wieso kann ich hier keinen Automaten finden, der diese Sprache erkennt? Naja, die Intuition ist ganz einfach. Der Automat liest das Wort von links nach rechts und verarbeitet dabei zunächst die As, anschließend die Bs und muss am Ende entscheiden, ob das Wort akzeptiert wird. Es gibt keine Möglichkeit für den Automaten dabei zurückzuschauen, sondern es muss in einem Zug durchgehen. Und das bedeutet, der Automat muss sich im Prinzip während er liest, merken, wie viele As er gesehen hat, um anschließend zu kontrollieren, dass die Anzahl der Bs mit dieser Zahl übereinstimmt. Das heißt, wir müssten, um das erkennen zu können, in der Lage sein, die Anzahl der gelesenen As irgendwie zu speichern. Es ist nicht genug, nur zu wissen, dass es zum Beispiel eine gerade Anzahl war oder nur bis zu einer bestimmten Zahl zu zählen, sondern wir müssen die exakte Zahl hier erinnern. Und das ist etwas, das mit endlichen Automaten nicht möglich ist, intuitiv gesprochen, weil ihnen eben der Speicher fehlt. Wie genau meine ich das? Vielleicht kann man es noch ein bisschen besser sehen, wenn man sich überlegen würde, wie man das Problem hier praktisch lösen würde, wenn man einen Algorithmus implementieren sollte. Und das ist jetzt nicht der schönste oder eleganteste Algorithmus, aber er passt auf eine Folie. Mit diesem Algorithmus könnten Sie jetzt also testen, ob eine Eingabe die Form a hoch i, b hoch i hat. Ist a, i, b, i, nenne ich das Ganze mal als Funktion. Und das ist so ein bisschen Pseudocode. Ich hoffe, Sie können dem ganz gut folgen. Wir beginnen wieder, so hatte ich das schon mal gemacht, bei den regulären Sprachen in meinem Pseudocode mit einem Zustand. Den nenne ich mal read a. Das soll ausdrücken, dass wir gerade dabei sind, a's einzulesen. Wir erwarten am Anfang a's. Damit beginnt so ein Wort ja in der Regel. Und ich habe eine zweite Variable, die ich hier a num nenne. Damit meine ich eine Anzahl, die initiiere ich mit 0. Bisher habe ich 0 a's gelesen. Und jetzt habe ich so ein bisschen Pseudocode zum Einlesen der Symbole. Ich sage while has next symbol, solange es noch Symbole gibt, hole ich mir dieses nächste Symbol symbol gleich get next symbol. So eine Art Iterator-Schema hier. Und dann mache ich eine nicht so super elegante Fallunterscheidung, um die verschiedenen Möglichkeiten beim Lesen zu unterscheiden. Die erste Möglichkeit ist, ich bin im Zustand read a. Das bedeutet, ich habe mehr oder weniger gerade angefangen, das Wort zu verarbeiten. Und in diesem Zustand gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich sehe als Symbol ein a oder ich sehe als Symbol ein b. Für den Fall, dass ich ein a sehe, inkrementiere ich die Zahl a num einfach um 1. Ich zähle dieses a mit und gehe zum nächsten Symbol weiter. Falls ich ein b sehe, dann muss ich annehmen, dass ich jetzt in der Mitte des Wortes angekommen bin. In diesem Fall ziehe ich wieder 1 von dieser Zahl ab. Denn das erste b ist ja schon verarbeitet. Und ich gehe in den Zustand read b. Warum dieser zweite Zustand? Naja, in dem Moment, wo ich beginne, bs einzulesen, sollte ich keine weiteren a's sehen. Sonst wäre die Form dieses Wortes hier auch verletzt. Es muss sichergestellt werden, dass nach den b's keine a's mehr folgen. Es ist also ein einmaliger Übergang von a nach b und ab da erwarte ich dann nur noch b's. Bei den a's würde ich das Wort nicht akzeptieren. So mache ich das auch. Wenn ich im Zustand read b bin, dann würde ich, falls das Symbol jetzt wieder a ist, direkt falsch zurückgeben. Einfach weil das Wort dann sicherlich nicht diese Form hat. Denn ich habe bereits mindestens ein b gesehen, wenn das zutreffen sollte. Und die andere Möglichkeit besteht darin, dass ich ein b sehe. Das ist im Prinzip das Erwartete. In diesem Fall dekrementiere ich weiter die Zahl, die ich hier berechne. Wobei natürlich hier auch negative Zahlen entstehen könnten. Am Ende gebe ich zurück das Ergebnis der Überprüfung, ob a num gleich 0 ist. Also das ist ein bisschen eine kompakte Darstellung. Ich könnte auch sagen, if a num gleich 0 return true, else return false. Aber das würde nicht hier hinpassen. Deshalb mache ich das so kompakt. Okay, das ist also mein Algorithmus. Und ich behaupte jetzt, das kann man mit endlichen Automaten nicht übersetzen, weil denen der Speicher fehlt. Welcher Speicher fehlt denn da? Was brauchen wir denn für diesen Algorithmus an Speicher? Na ja, da sehen wir uns die lokalen Variablen an, die wir hier benutzen. State, a num, symbol. Symbol können wir mal vergessen. Das ist nur für die Lesbarkeit, dass ich das vorher auslese. Das ist natürlich nicht wirklich nötig, um hier irgendetwas Interessantes zu tun. Wichtig sind offensichtlich State und a num. State, der Zustand, hier als String dargestellt. Aber tatsächlich gibt es natürlich nur zwei Zustände, a und b. Das heißt, es ist ein Bit an Speicherbedarf schon, was mir hier genügen sollte. Um es mir zu merken, ob ich in diesem oder in jedem Zustand bin. Andererseits gibt es auch diese Zahlahnung. Was ist das für eine Zahl? Wie viel Speicher braucht die maximal? Jetzt, wenn Sie eine tatsächlich praktische Programmiersprache hätten, dann wäre das vielleicht ein Int oder ein Long. Aber das reicht natürlich nicht, denn dieser Algorithmus sollte idealerweise beliebig lange Wörter verarbeiten können. Das heißt, Sie können die Zahl nicht von vornherein beschränken in Ihrer Größe. Sie wissen ja nicht, wie groß das i nun letztlich wird. Das heißt, der Speicherbedarf ist in diesem Fall beliebig groß. Das heißt, wir brauchen hier letztlich eine unbeschränkte Menge an Speicher, je nach Eingabe. Denn sonst läuft irgendwann a num über und ich kann nicht weiter zählen und komme vielleicht nie zu den bs. jeweils vorausgesetzt, dass ich eben von links nach rechts lese, wie das endliche oder nicht ganz endliche Automaten in diesem Fall eben tun. Gut. Das ist intuitiv gesprochen der Grund, warum das kein endlicher Automat sein kann. Ich kann alle möglichen lokalen Variablen in so einem Pseudocode durchaus als endlichen Automaten aufpassen und kodieren, auch wenn Sie zum Beispiel Zahlen darstellen. Aber Voraussetzung dafür ist immer, dass es nur endlich viele mögliche Werte für diese lokalen Variablen gibt, sodass ich die letztlich im Zustandsraum irgendwie kodieren kann. Und das ist hier nicht der Fall. Wenn es ein Long wäre oder ein Int, dann würde es gehen, dann wäre das endlich. Aber dann wäre der Algorithmus auch nicht korrekt. Okay, das ist also die Intuition, was wir meinen mit Speicher. Die Frage ist jetzt aber, wie könnte man das dann lösen? Wie kommen wir zu einem Automatenmodell, das mit kontextfreien Sprachen umgehen kann? Die Idee ist ja schon, dass man in der Art, wie der Algorithmus hier arbeitet, schon fast so etwas wie einen Endlich-Automaten haben. Wir haben wieder eine Zustandsvariable verwendet, die ich gleich suggestiverweise State genannt habe und die dementsprechend schon sehr dem endlichen Automaten ähnelt. Aber wir müssten jetzt endliche Automaten irgendwie durch einen unbegrenzt großen Speicher ergänzen. Aber was für ein Speicher? Ja, also wir müssen uns das so vorstellen, bisher ist ja ein Automat eine endliche Steuerung. Das ist die Übergangsfunktion, die über das Eingabewort läuft und die jeweils nur eine einzige Information speichert, nämlich den aktuellen Zustand. Und aufgrund dieses Zustandes und des aktuellen Eingabezeichens entscheidet die Steuerung, was als nächstes zu tun ist. Welcher Zustand als nächstes angewählt wird und ob akzeptiert wird oder nicht letztlich. Und wir wollen jetzt dieser endlichen Steuerung, die wir ja auch sehr schön grafisch darstellen können mit unseren Pfeilen und Kreisen in einem Automatendiagramm, dieser Steuerung wollen wir jetzt noch irgendeine Form von Speicher beigeben, den ich hier mal als Wolke zeichne, weil wir bisher noch nicht so genau wissen, was das eigentlich im Allgemeinen sein sollte. In unserem einen Beispiel war es eine Zahl, aber ob das wirklich die beste Version ist, um das zu speichern, müsste man sich mal überlegen. Okay, also was soll dieser Speicher sein? Das ist die offene Frage. Wir hatten jetzt hier eine beliebig große Zahl. Ist das das, was man immer für kontextfreie Sprachen gut verwenden kann? Könnte man jetzt fragen, ja die Art, wie ich die Frage stelle, sagt aber schon, wie die Antwort lautet, nämlich, dass das vielleicht nicht in jedem Fall das geeignetste ist. Und warum das nicht das geeignetste ist, das kann man sich auch leicht überlegen, indem man sich noch ein paar mehr Beispiele anschaut. Und das habe ich hier getan. Also im Allgemeinen sind Zahlen nicht das sinnvollste Format für die Speicherung der Informationen, die beim Erkennen kontextfreier Sprachen anfallen. Beispiel, die folgende kontextfreie Grammatik erkennt Palindrome. Ja, die Wörter, die Sie von links nach rechts oder von rechts nach links lesen können, ohne dass sich deren Zeichenfolge ändert. Ja, Lagerregal zum Beispiel und einige andere, die Sie sicherlich kennen. Ja, Udo relativ vitaler Udo zum Beispiel als ein Palindromsatz, wenn man die Groß- und Kleinschreibung und die Interpunktion etwas ignoriert. Worauf die korrekte Antwort natürlich lautet, nur du, Gudrun, was ebenfalls ein Palindrom wäre. Gut, das sind Palindrome, die wollen wir gern erkennen, nicht über ganz so vielen Zeichen vielleicht. Wir nehmen mal nur A und B und wir vereinfachen uns das Problem dadurch zusätzlich, dass wir die Mitte der Palindrome mit einem einzigen C markieren. Das kann ich mit einer kontextfreien Grammatik erreichen, indem ich diese drei Produktionsregeln hier angebe, bei denen man links und rechts vom Startsymbol synchron ein A einführen kann oder synchron ein B einführen kann oder eben abschließen kann, indem man das C schreibt. Das ist dann die Mitte. Und dabei kann ich zum Beispiel solche Wörter hier wie A, B, C, B, A oder dieses längere Wort hier generieren. In jedem Fall wird es ein Palindrom sein. Und was ich jetzt behaupte ist, diese Sprache ist ebenfalls nicht regulär. Das ist vielleicht ganz intuitiv. Also wenn Sie darüber nachdenken, was das Problem bei A hoch I, B hoch I war, dann sehen Sie, das Problem haben Sie hier irgendwie auch. Der Algorithmus müsste sich ja was merken, um sicherzustellen, dass es ein Palindrom ist. Aber natürlich ist es ein bisschen ein anderes Format und man müsste erst mal zeigen, dass es wirklich nicht regulär ist. Könnten Sie jetzt darüber nachdenken, wie man hier zum Beispiel pumpen könnte oder vielleicht andere Tricks verwenden. Schnitte zum Beispiel. Das lasse ich mal als Übung. Okay, das ist also eine nicht reguläre Sprache, aber Sie sehen, mit Zählen allein kommt man hier vielleicht nicht so weit. Stattdessen müssen wir uns genauer merken, wie das bisher gelesene Wort ausgesehen hat. Und das könnte zum Beispiel in diesem leicht abgewandelten Pseudo-Algorithmus gemacht werden. Sie sehen, das hat im Prinzip die Struktur, die wir gerade eben schon mal hatten. Ich habe diesmal den Zustand Stadt und ich habe statt meiner Ahnung Variable, habe ich jetzt hier eine Variable, die ich List nenne und die ich jetzt hier mal mit diesem Pseudo-Code als New Array initialisiere. Also ich erzeuge mir hier eine leere Liste in meiner Pseudo-Sprache. Jetzt lese ich wieder Symbole und schaue jeweils auf das nächste Symbol, was ich Symbol nenne und unterscheide je nachdem, welchen Zustand ich gerade habe, was ich als nächstes tun möchte. Falls der Zustand Start ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Symbol, was ich sehe, ist das C, dann gehe ich direkt in den Zustand n über. Das wird also mein zweiter Zustand sein. Das sind die beiden Zustände, die im Prinzip das Read A und Read B aus dem letzten Beispiel ersetzen. n ist das Zeichen dafür, dass wir jetzt in der zweiten Hälfte des Wortes sind und dieses rückwärts verarbeiten sollten. Gut, diesen Fall fange ich diesmal zuerst ab, weil alle anderen Fälle, also A und B, in denen ich nicht das C sehe, werden gleich behandelt. Und ich möchte nicht if Symbol gleich A aus Symbol gleich B schreiben. Das wäre länger, als die Zeile hier zulässt. Und in diesen anderen Fällen mache ich einfach folgendes. Ich hänge an meiner aktuellen Liste hinten das Symbol, was ich gelesen habe, an. Ich merke mir also nicht nur die Zahl, ich merke mir gleich das ganze Symbol. In dem Fall ein A oder ein B. Falls ich im Zustand n bin, das passiert, wenn ich das C gesehen habe, dann arbeite ich wie folgt. Falls die Liste nicht leer ist und das Symbol, das ich als letztes Symbol in der Liste finde, gleich dem gelesenen Symbol entspricht, dann entferne ich das letzte Symbol aus der Liste. Also beim Einlesen habe ich immer am Ende der Liste angehängt. Wenn ich jetzt rückwärts lese, entferne ich wieder vom Ende der Liste angefangen die Symbole aus der Liste. Sofern sie mit dem, was ich lese, übereinstimmen. Denn das ist wichtig, damit es ein Palindrom ergibt. Falls diese Bedingung nicht erfüllt ist, falls die Liste entweder leer wird und kein Symbol mehr existiert, oder falls das Symbol, was ich sehe, nicht der letzte Eintrag der Liste ist, dann wird direkt vor Ort zurückgegeben. Das Wort kann nicht akzeptiert werden. Das betrifft natürlich auch den Fall, dass ich hier nochmal ein C sehe. Denn ein C wird niemals in der Liste gespeichert sein. Also kann niemals gleich dem letzten Eintrag sein. Okay. Und am Ende liefere ich zurück, List is empty. Also ich prüfe, ob alle Zeichen auf die Art eingelesen wurden. Denn es könnte natürlich sein, dass ich zwar den Anfang einer umgekehrten Schreibung des Wortes gesehen habe nach dem C, aber eben nicht alle Zeichen auf die Art verarbeitet habe. Das heißt, der Teil nach dem C ist zu kurz. Dann würde das Wort auch nicht akzeptiert werden. Nur wenn die Liste tatsächlich leer wird, ist das Wort akzeptiert. Okay. Gut. Das ist also ein Algorithmus. Und jetzt können wir uns wieder überlegen, was für eine Speicherstruktur wir hier verwenden. Was für ein Format hat dieser neue Speicher? Jetzt würden Sie sagen, meine Liste ist ja klar, habe ich ja hier so genannt, Array. Ja, schon. Aber die Liste selbst ist natürlich eigentlich eine andere Datenstruktur. Und eigentlich nicht unbedingt eine Datenstruktur, die remove last entry und last entry als ihre Hauptzugangsmethoden sieht. Also, sondern was wir hier haben, können wir besser verstehen, wenn wir eben genau auf diese Art des Zugriffs schauen. Was wir hier letztlich tun, ist immer am Ende anhängen und vom Ende wegnehmen. Das heißt, wir lesen von der gleichen Seite her, von der wir auch schreiben. Das ist ein sogenannter First-in-First-out-Speicher. Ne, pardon. First-in-Last-out-Speicher. Ja, also Sie haben das, was Sie zuerst hinzufügen, wird am längsten in dieser Liste verbleiben, weil Sie ja am Ende vom Ende wegnehmen. Und da bekommen Sie First-in-Last-out oder Last-in-First-out, ja, LIFO. Und diese Art von Zugriffsmodell, diese Art von Speicher, die wir damit benötigen, ist das, was man gemeinhin in der Informatik einen Stack nennt oder auch einen Keller, wenn Sie eine deutsche Veranstaltung, deutschsprachige Veranstaltung zu Datenstrukturen gehört haben. Ja, also das sind typische Zugriffsmethoden für einen Keller. Was ist ein Keller? Naja, wie gesagt, sollten Sie hoffentlich irgendwo mal in Algorithmen und Datenstrukturen auch in Ihrer Grundausbildung gehört haben. Wird auch Stapel genannt. Manchmal ist eine Datenstruktur, die eine Liste von Einträgen speichert, die man sich aber gemeinhin vertikal vorstellt. Ja, Keller waren früher hauptsächlich Löcher im Boden, in denen man irgendetwas gelagert hat, mit einer Klappe vielleicht. Und dann musste man das, was man zuletzt reingelegt hatte, auch als erstes wieder herausnehmen, um an die unteren Dinge zu gelangen. So ähnlich soll das hier auch funktionieren. Der Stapel ist vielleicht die etwas aus moderner Sicht intuitivere Bezeichnung, nachdem wir heutzutage Keller haben, in denen sich ganz andere Dinge einlagern lassen, als das vielleicht früher mal der Fall war. Die Zukunftsoperationen, die ich in meinem Pseudocode etwas seltsam bezeichnet hatte, heißen in der Regel in dieser Datenstruktur Push und Pop. Push, wir drücken etwas von oben in unseren Keller rein. Pop, wir lassen es wieder heraus springen. Das sind also die typischen Methoden hier. Das ist also Anfügen eines letzten, neuen, letzten Elementes und Herausnehmen des letzten Elementes. Und wie schon gesagt, das nennt man einen Lipo-Speicher. Last in, first out. Gut. Das ist also das Speicherformat für diesen speziellen Fall gewesen. Und es stellt sich heraus, dass für kontextfreie Sprachen das auch genau das Format ist, was wir im allgemeinen Fall wollen. Das ist also nicht nur jetzt für diesen Fall die richtige Herangehensweise, die uns ein bisschen über das pure Zählen hinausbringt, sondern es ist das, was sich im allgemeinen als die erfolgreiche Herangehensweise herausstellt. Keller sind der passende Speicher für kontextfreie Sprachen. Wie soll das jetzt aber gehen? Wie kann ich einen endlichen Automaten mit einem Kellerspeicher ausstatten? Technisch einfach. Wie definiert man sowas überhaupt? Wie soll das aussehen? Bisher hatten wir irgendwie Pfeile und Übergänge. Und wie kommt der Speicher jetzt da ins Spiel? Wie soll das funktionieren? Wie könnte man das machen? Um sich das zu überlegen, kann man einfach nochmal die Definition des Automaten, die wir bisher verwendet haben, hatten sich zurückrufen. Wir hatten Zustandsänderungen dort so beschrieben. Als Eingabe hatten wir den aktuellen Zustand und ein Eingabesymbol. Das war das, was die endliche Steuerung in Betracht zieht, um zu entscheiden, was als nächstes zu tun ist. Und ausgehend von dieser Eingabe wurde ein neuer Zustand bestimmt. Das war sozusagen die Ausgabe. Beispiel, wenn in Zustand Q1 Symbol A gelesen wird, wechsle in Zustand Q2. Beim Kellerautomaten möchten wir jetzt die Steuerung abhängig davon machen, was zurzeit auf dem Keller liegt und es der Steuerung erlauben, Dinge auf den Keller zu legen. Das heißt, wir erweitern diese beiden Punkte entsprechend und beschreiben Zustandsänderungen bei endlichen Automaten mit Keller so, dass wir sagen, abhängig vom aktuellen Zustand, Eingabesymbol und oberstem Keller-Symbol bestimmen wir einen neuen Zustand und schreiben etwas auf den Keller, legen ein neues Symbol dort ab. Beispiel, wenn in Zustand Q1 Symbol A gelesen wird und Symbol C vom Keller gelesen wird, dann wechsle in Zustand Q2 und schreibe D auf den Keller. Also Sie sehen, hier wird einiges mehr gemacht, weil ich eben zwei Zugriffe auf den Keller noch einbaue, einen lesenden Zugriff und einen schreibenden. Und auf diese Art habe ich also in meiner endlichen Steuerung die Inhalte des Kellers jeweils mit einbezogen. Und das Interessante ist, die Steuerung ist immer noch endlich, weil ich immer nur das Symbol, was ich gerade auf dem Keller sehe, in Betracht ziehen muss und angeben muss, ob ich etwas Neues drauflege und wie das aussieht. Ich muss nicht den gesamten Zustand des Kellers betrachten. Das ist ein wichtiges Feature dieser Datenstruktur. Es ist für den Automaten egal, wie die unteren Ebenen des Kellers aussehen, was da alles noch unten drin liegt. Um zu wissen, was aktuell zu tun ist, in jedem Durchlauf der Schleife, in meinem Pseudo-Algorithmus zum Beispiel, genügt es schon, zu sehen, was ganz oben auf dem Keller ist und darauf lokal dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist also ein wichtiger Punkt. Natürlich könnte man auch sich ganz andere Systeme vorstellen, in denen Speicher irgendwie in die Zustände zum Beispiel eingebaut wird. Das passiert manchmal in der formalen Analyse von Programmen, dass man sagt, die Speicherinhalte werden Teil des Zustandsraumes und man stellt sich dann einen sehr großen Zustandsraum vor, wo jede mögliche Variablenbelegung letztlich durch einen eigenen Zustand kodiert wird. Was wir hier machen, ist etwas ganz anderes. Da haben wir den Speicher nebengestellt und es gibt trotzdem nur wenige Zustände und wir betrachten immer nur ein kleines bisschen Speicher in jedem Übergangsschritt, sodass wir auch endlich beschreiben können, welche Übergänge wir in jeder Situation uns wünschen. Das ist also vielmehr im Sinne des endlichen Automaten, als dass man einen riesigen Zustandsraum hier aufbläht, was ohnehin nicht funktionieren würde. Natürlich haben wir ja schon argumentiert, dass das unbeschränkt groß sein müsste, weil wir vorher nicht wissen, wie lang das Wort wird, wie tief unser Keller sein müsste, um das Wort vollständig zu verarbeiten. Okay, jetzt wollen wir das Ganze noch formal definieren und dann bin ich schon fertig mit diesem ersten Video als Einleitung. Die Verwendung des Kellerautomaten kommt dann erst im nächsten. Zunächst einmal, okay, die Übergangsfunktion kann man sich jetzt leicht überlegen, aus dem, was ich gerade gesagt habe, hat er, die Eingabe müsste sein, der aktuelle Zustand, das Eingabesymbol und das Einkellersymbol, das, was ich nämlich erreiche, wenn ich ein Pop ausführe, also das oberste Kellersymbol anschaue und herunternehme. Die Ausgabe müsste wieder ein neuer Zustand sein, wie wir das bisher schon hatten, und ein neues Keller-Symbol, das wieder auf den Keller gelegt werden soll via Push. Okay, so müsste also die Übergangsfunktion definiert werden. Das ist die wichtigste Änderung. Es gibt noch ein paar andere Designentscheidungen, aber die man treffen kann jetzt, wenn man diese Definition festsurren möchte, wo man vielleicht, wenn man das jetzt aufschreiben sollte, wenn Sie es jetzt aufschreiben sollten, sich noch ein paar Gedanken machen würde. Wie soll ich es jetzt machen? So oder so? Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel entscheiden wir uns, die Eingabesymbole, die ich im Moment Sigma bezeichnet habe, zu trennen von den möglichen Keller-Symbolen, die ich als Gamma bezeichne. Das heißt, ich habe hier zwei getrennte Mengen. Die dürfen auch sich überlappen, denn wir werden sie immer in unterschiedlichen Zusammenhängen verwenden. Das ist also an sich keine Verwechslungsgefahr, aber es ist schon hilfreich, wenn man das getrennt hält, auch dann, wenn sie ähnliche Bedeutung haben. Es ist aber auch so, dass es natürlich Fälle geben kann, in denen wir mehr verschiedene Keller-Symbole benutzen möchten, als es zum Beispiel Symbole in unserem Alphabet Sigma gibt. Also das Alphabet hat etwas damit zu tun, welche Sprache der Automat erkennen soll. Die Keller-Symbole dagegen sind das, was man intern als Hilfsspeicher verwendet. Und wir wollen das nicht aneinander knüpfen. Wir machen uns da das Leben einfacher, indem wir im Prinzip so viele Keller-Symbole und beliebig benannte Keller-Symbole verwenden können, wie es gerade für die jeweilige Aufgabe am besten erscheint. Wir wollen außerdem erlauben, dass der Automat manchmal kein Eingabesymbol liest, sogenannte Epsilon-Übergänge. Das kennen Sie schon von den ähnlichen Automaten. Das ist hier aber noch nützlicher, weil diese komplexe Funktion, wenn man so darüber nachdenkt, ist ja nur eine einzige Operation, die dieses Maschinenmodell ausführen können. Wenn Sie so wollen, ist das, was wir hier definieren, ja eine Art Assembler-Sprache für Algorithmen, für Informatik-Algorithmen, in der es nur eine einzige Instruction gibt, eine einzige mögliche Operation, die drei Eingaben erwartet und zwei Ausgaben liefert. Das ist das, was ich machen kann. Ein anderes Verhalten kann dieser Automat nicht zeigen. Und es ist dann sehr sinnvoll, dass man zulässt, dass bestimmte Teile der Eingabe leer sind, also Epsilon, um diese Operation etwas flexibler anwenden zu können. Im konkreten Fall, wenn ich ein leeres Eingabesymbol erlaube, dann kann der Automat das nutzen, um den Inhalt des Kellers abzuarbeiten oder zu verändern, ohne dabei im Wort fortzuschreiten. Und das ist sehr praktisch, wenn ich einen Keller verwalte, dass ich die Möglichkeit habe, erst mal innezuhalten, an der Stelle des Wortes, an der ich gerade bin, und erst mal vielleicht etwas auf den Keller zu legen oder etwas vom Keller herunterzunehmen, ohne dass ich schon weiterlese. Aus dem gleichen Grund möchte ich auch erlauben, dass der Automat manchmal kein Keller-Symbol liest. Das haben Sie sich vielleicht auch schon gefragt in meiner Beschreibung. Wenn ich in jedem Schritt ein Symbol lese und ein Symbol schreibe, einmal Pop und einmal Push ausführe, dann wächst doch mein Keller überhaupt nicht. Dann habe ich doch immer nur ein Symbol, wenn überhaupt auf dem Keller liegen. Da kann doch nichts dazu kommen. Eins weg, eins hin. Das ist doch ein Nullsummenspiel. Das heißt, es wäre sinnvoll, wenn der Automat manchmal kein Symbol poppt, sondern nur pusht. Dadurch kann er einen Speicher anlegen. So war es ja auch in unserem Algorithmus. Haben wir gesehen, in der Startphase, in der wir vorm C sind bei dem Palitrom, möchten wir zunächst nur schreiben und nicht jedes Mal lesen. Das ist also auch noch eine Variante, wie ich diese Funktion aufrufen kann, ohne ein konkretes Symbol hier zufordern. Die dritte Version ist natürlich auch, dass es manchmal sinnvoll ist, nichts auf den Keller zu schreiben. Das ist genau das Gleiche, nur andersherum. Wenn ich den Keller abarbeite, dann soll er auch wirklich in jedem Schritt kürzer und kleiner werden. Und das geht natürlich nur dann, wenn ich nicht wieder neue Symbole oben drauf lege, sondern vielleicht nur poppe und nichts pushe. Und auch das soll erlaubt sein. Also all diese Variationen erlauben wir, sodass wir mit diesem einen etwas überladenen Befehl, den wir haben, der drei Eingaben und zwei Ausgaben erzeugt, alle möglichen verschiedenen Dinge zusammen erreichen können. Diese Art von Design im Übrigen ist etwas, was in der theoretischen Informatik immer sehr gern gemacht wird. Es ist dort opportun, wenn man die Definitionen möglichst kurz hält, also zum Beispiel nur eine Instruktion vorsieht für so ein Maschinenmodell, mit der alles irgendwie gemacht werden kann, weil man dann in allen Beweisen und in allen Definitionen, die man später vielleicht noch gibt, immer nur diesen einen Fall betrachten muss. Für Programmierer ist das natürlich ein ziemlicher Albtraum. Man würde nicht in solchen Maschinenmodellen programmieren wollen. Wir wollen ja auch nicht in Assembler programmieren, das ist klar. Aber es geht hier eher darum, dass man die möglichen Abläufe analysieren kann. Und da ist man mit einem kleinen, einfachen Modell oft besser beraten, so wie am Ende ja auch in der Optimierung von Maschinencode die Assembler-Sicht manchmal eine sehr nützliche Sicht sein kann, um bestimmte Vereinfachungen zu sehen, die vielleicht in ihrer Allgemeinheit auf höheren Ebenen nicht so leicht umzusetzen gewesen wären. Okay. Noch eine letzte Designentscheidung möchte ich hier erwähnen. Und die Fragen haben sich vielleicht auch schon gefragt, wie wir es da machen wollen. Wir wollen bei Thema Kellerautomaten Nicht-Determinismus zulassen. Also das heißt, wir wollen hier nicht-deterministische Automaten einbauen, bei denen eine Übergangsfunktion jeweils mehrere Möglichkeiten für die nächsten Schritte liefern darf. Das ist bei Kellerautomaten, wie wir sehen werden, sehr nützlich. Und wir wissen ja auch natürlich erst mal intuitiv, dass es uns mehr Möglichkeiten gibt. Wenn man etwas nicht-deterministisch definiert und möchte dann doch lieber deterministisch arbeiten, dann kann man das immer tun, indem man die Automaten, mit denen man arbeitet, so definiert, dass diese Menge von Möglichkeiten nur genau ein Element enthält. Dann ist man doch wieder festgelegt auf den nächsten Schritt. Okay. Aber wir erlauben hier erst mal Nicht-Determinismus. Sie sehen auch, dass das vielleicht für manche dieser Verallgemeinerungen, die wir hier zulassen, notwendig ist. Also zum Beispiel, wenn ich Epsilon-Übergänge habe. Epsilon-Übergänge sind, Sie wissen das, spontane Übergänge, bei denen ich nichts lese, sondern einfach ohne weitere Eingabe etwas Bestimmtes tue. Ganz so spontan ist es bei Kellerautomaten natürlich nicht. Ich muss trotzdem schauen, dass das richtige Kellersymbol gelesen werden kann, also oben auf dem Keller liegt. Aber wenn ich solche fast spontanen Übergänge zulasse, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, das nicht-deterministisch zu tun, weil das intuitiv immer diesen Nicht-Determinismus mit einbringt. Also DFAs mit Epsilon-Übergängen insbesondere sind nicht möglich. Das wäre dann eben nicht-deterministisch. Insofern passt das auch ganz gut zu den anderen Designentscheidungen. Okay. Damit haben wir jetzt alles komplett. Haben die Intuition hergestellt. Wissen, warum wir diese Erweiterung wollen und was wir damit bezwecken. Und jetzt können wir das Ganze noch definieren. Dann, das sehen Sie auf dieser Folie, die Definition von Kellerautomaten. Vorab eine kleine Vereinfachung. Ich schreibe hier Sigma mit einem tiefgestellten Epsilon für die Menge Sigma vereinigt mit der Menge, die das Epsilon enthält. Und ich gehe davon aus, dass das eine desjunkte Vereinigung ist, dass Epsilon hier nicht schon vorkommt. Das ist deshalb, weil ich eben für viele Dinge in meiner Definition zulassen möchte, dass ich sie auch mal weglasse. Also ich will Epsilon-Übergänge, bei denen ich kein Eingabesymbol lese. Ich will aber auch Übergänge erlauben, bei denen ich nicht poppe oder nicht pushe. Und immer dann, wenn sowas passiert möchte, werde ich einfach das Epsilon verwenden statt eines richtigen Zeichens. So mache ich es auch bei Gamma, meinen Stack-Symbolen. Auch da habe ich das Epsilon hier hinzugefügt, damit ich ein Zeichen habe, was ich verwenden kann, wenn ich mal kein Symbol poppen oder pushen möchte. Okay. Ein Kellerautomat. International wird das bezeichnet als PDA, Pushdown-Automaton. Ja, also Pushdown sollte intuitiv sein, woher das kommt, klar. M ist also ein Tupel, das kennen Sie schon von den endlichen Automaten, aus diesmal sechs Bestimmungsstücken. Und diese Bestandteile sind hier erklärt. Zum einen haben wir wieder eine Zustandsmenge Q, die endlich ist, genauso wie bei den endlichen Automaten, die wir bisher betrachtet haben. Wir haben wieder ein Eingabealphabet, auch das ist alles wie gehabt. Wir haben jetzt das Kelleralphabet Gamma, das habe ich Ihnen schon erklärt. Wir haben die Übergangsfunktion, das ist das Herzstück natürlich der ganzen Definition. Die funktioniert so, dass wir sagen, wir haben eine totale Funktion, die von drei Eingaben auf eine Menge von Paaren abbildet. Diese Idee, dass man eine Definition verwendet und auf eine Menge abbildet, die kennen Sie schon für den nicht-deterministischen endlichen Automaten. Die Menge kann leer sein, dann weiß der Automat gar nicht, was er tun soll und hält an, ohne zu akzeptieren in so einer Situation. Und sie kann ein Element enthalten, dann ist der nächste Schritt klar. Sie könnte aber auch mehrere Elemente enthalten, diese Menge. Dann gibt es immer die nicht-deterministische Auswahl. Ach ja, und Sie erinnern sich natürlich, dass ich diese Notation 2-Hoch-Menge benutze, um die Potenzmenge von dieser Menge hier zu definieren. In dem Fall von diesem kathesischen Produkt. Sie kennen vielleicht auch die Notation P von dem, was ich hier hochgestellt schreibe. Die geht genauso, kann man auch verwenden. Okay. Die drei Bestimmungsstücke hier bei der Eingabe sind natürlich genau die drei Eingaben, die ich gerade schon erklärt hatte. Ein Zustand, ein Eingabesymbol, was gelesen wird, oder eben Epsilon, wenn wir nichts lesen wollen, und ein Keller-Symbol, das gepoppt werden muss, um diesen Übergang durchführen zu können, oder eben Epsilon, falls bei diesem Übergang gar nicht vom Stack gepoppt wird. Und die Ausgabe ist eine Menge von Paaren und jedes Paar enthält einen Zustand, das wäre der Zustand, in den wir wechseln, und ein Keller-Symbol, das wäre das Symbol, das wir schreiben wollen, oder eben Epsilon, wenn wir nichts schreiben wollen in diesem Schritt. Okay. Das also die Definition, mathematisch formal aufgeschrieben, aber eigentlich genau das Gleiche, was wir gerade schon informell besprochen haben. Wie bei allen nicht-deterministischen Automaten, die wir bisher betrachtet haben, verwenden wir eine Menge von Startzuständen. Wenn wir schon nicht-deterministisch sind, können wir auch gleich beim Start nicht-deterministisch sein und uns einen davon nach Belieben aussuchen. Die Menge nenne ich wieder Q0. Und wir haben auch wieder eine Menge von Endzuständen, die ich mit F bezeichne. Das ist alles wie gehabt. Okay. Und das war's. Das ist unsere formale Definition. Wie genau die zu lesen ist, wie wir damit arbeiten, was man aus solchen Automaten macht, welche Sprache sie letztlich akzeptieren, das besprechen wir alles im nächsten Video. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bis bald und tschüss.